Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, wir blicken wie immer auf Bitcoin und auf Ethereum in einer neuen Handelswoche. Und was will man sagen? Es ist gerade mal Montag und es ist schon relativ viel passiert, was auch News-Technisch natürlich anbelangt oder was schon wieder so ein bisschen im Umlauf ist. Credit Suisse, natürlich die Zinserhöhungen, die am Mittwoch im Raum stehen. Also ihr seht schon, es kommt eine Menge auf uns zu und auch charttechnisch, glaube ich, wird das eine sehr, sehr interessante Woche. Doch bevor wir jetzt hier mit dem Video durchstarten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um mich ein bisschen zu unterstützen, damit der Algo hier ein bisschen gepusht wird. Gerne auch einen Kommentar unten reinlassen. Und wenn ihr Bock habt noch, in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstige, sage ich mal, Trading-Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Gut. Und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir traden momentan weiterhin so um die 28.000 US-Dollar. Wir sind noch nicht ganz an die 28.800 rangekommen, ist aber auch noch nicht meines Erachtens nach so wirklich schlimm, muss man jetzt ganz ehrlich so sagen. War aber so das übergeordnete Ziel, was wir hier hatten. Weil hier oben einerseits noch ein CME-Gap liegt. Das habe ich noch ganz vergessen, glaube ich, zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich es gestern im Ding im Wochenausblick gesagt habe. Auf jeden Fall ist hier oben noch ein CME-Gap, was, glaube ich, so bis knapp 30.000 US-Dollar geht. Und wie gesagt, hier oben noch das 1.618-FIP-Level, was wir hier oben auch noch im Blick haben. Wir haben zwar jetzt nochmal ein höheres Hoch bekommen, aber keinen höheren Close. Das ist schon mal das erste kleine bearische Zeichen, was wir hier in den kleinen Timeframes momentan haben. Trotzdem ist es für mich noch kein Zeichen, dass wir hier nicht die 28.800 noch erreichen könnten. Viel, viel wichtiger ist, was jetzt so ein bisschen die Newslage anbelangt. Und zwar habe ich es gerade eben schon in die Telegram-Gruppe reingepostet. Fed will not hike rates this week because of banking crisis. Das ist ja alles so, was ein bisschen im Raum steht. Und wir haben im Wochenausblick darüber gesprochen, okay, was sind so momentan die Markterwartungen. Der Markt geht zu 70 Prozent, auch nach dieser JP Morgan-Aussage, muss man sagen, immer noch davon aus, dass wir um 0,25 Prozent steigen. Ich schließe es ganz ehrlich auch nicht aus, dass das jetzt hier schon wieder ein bisschen im Umlauf ist mit, ja, die Fed will doch keine Zinserhöhung jetzt diesen Monat machen. Ich würde das noch nicht so überstrapazieren. Sollte es nicht so kommen, ganz klar, dann ist es bullisch, weil der Markt momentan einfach noch von einer Leitzinserhöhung ausgeht. Sollten wir die 0,25 Prozent kriegen, sehe ich das jetzt auch nicht so als dramatisch. Aber das wird ganz, ganz wichtig am Mittwoch. Und was natürlich auch noch im Umlauf ist momentan, ist natürlich UBS hat Credit Suisse gekauft. Und die Schweizer Nationalbank will auch noch 100 Milliarden dazu pumpen. Ist das nicht schön? So schnell ist das Geld wieder flüssig. So, hat natürlich charttechnisch jetzt nicht wirklich Auswirkungen gehabt, weil das alles schon ziemlich im Markt eingepreist ist. Ich gehe aber immer noch so ein bisschen davon aus, diese Zone um die 25.200 US-Dollar sollte meines Erachtens nochmal angetestet werden. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie wichtig, wie wichtig denn der Weekly Close und der Daily Close ist und was will man sagen, der war Bombe. Wir haben über eben diesen 25.200 US-Dollar nicht nur Daily, sondern auch Weekly geschlossen. Das ist sehr, sehr wichtig. Trotzdem würde ich gerne diesen Support hier unten nochmal antesten. Doch wie positionieren wir uns jetzt? Das ist eben dieses große Zünglein an der Waage. Wir haben jetzt wie gesagt einen bearischen 4-Stunden- und 1-Stunden-Close. Das heißt, zwar ein höheres Hoch mit Wig, aber kein Close darüber. Das ist schon mal so dieses kleine Zünglein an der Waage, was mich jetzt ein bisschen bearischer stimmen würde. Die Frage ist nur, wie tief geht es jetzt erst einmal? Also momentan ist weiterhin der Plan, erstmal zwischen 28.800 hier oben Short zu positionieren. Das Ganze kann jetzt natürlich hier so eine Art Doppeltop ausarten, was ich aber wie gesagt noch nicht glaube. Wichtig wäre mir jetzt ganz ehrlich, wir gehen Richtung 28k hoch. Dort kann man dann mal überlegen, je nachdem wie eben die Reaktion ist oder wie viel Selling-Pressure hier reinkommt, einen Short zu hinterlegen. Das Problem an der ganzen Sache ist, und da wird momentan, finde ich, wieder ein bisschen zu wenig Augenmerk drauf gelegt, auch von anderen, dass wir negative Funding Rates haben. Das heißt, der Markt shortet das hier ununterbrochen momentan. Wir sehen negative Funding Rates, das heißt, der Mehrteil ist short. Und sollten wir hier ein gewisses Level irgendwie rausnehmen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese 28.800 eben genau dieses Level sind, wo viele Stop-Losses eben liegen, dass da ein richtiger Short-Screase kommt. Weil so viel Short, und jetzt müssen wir mal überlegen, wir sind tausende Dollar nach oben hingestiegen und trotzdem ist die Mehrheit short und immer wieder liquidiert, liquidiert, ist das Ganze ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Deswegen 28.800 wäre so der erste Step. Sollten wir dann korrigieren und dann hier ins Golden Pocket reinbekommen. Also nur mal so beispielshaft, wir kriegen dann hier ein tiefes, uh, perfekt sogar getroffen, krass. Und wir kriegen dann hier ein tieferes Hoch rein. Dann würde ich mich hier short positionieren. Aber momentan sehe ich hier noch nichts, was mich short stimmt, bis auf dieses tiefere Hoch nach jetzigen Stand. Aber wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Ich würde jetzt auch noch keine Limit oder so oder sonstiges hinterlegen. Das ist ein bisschen fahrlässig, meines Erachtens nach momentan. Man hat es in den letzten Tagen immer wieder gesehen. Viele haben gesagt, okay, bearish divergence, short, wurden liquidiert. Auch hier an diesen Stellen, ja, hier haben wir bearish divergence, abnehmendes Volumen, short, liquidiert. Und das ist dieses Risiko, was wir momentan drinnen haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns jetzt hier eben an dieser Zone bei 27.700 US-Dollar, hier, wo wir jetzt gleich reinkommen, verhalten. Kleine Ineffizienz und eine Menge Volumen. Das Volumen in der Candle haben wir uns schon mit diesem Abverkauf hier geholt. Aber so richtig Selling Pressure kommt halt noch nicht rein. Also alles ein bisschen bitte mit Vorsicht zu genießen, was short anbelangt. Grundsätzlich bin ich auch dafür eine Korrektur, sollte langsamer her müssen, tut der Kurs schon mal gar nichts. Aber sollte wirklich mal hier runter in den 25.2 Bereich. Dort würde ich mich dann wieder long positionieren. Und dann sind auch, je nachdem wie eben die News lagen, jetzt erstmal Sinn am Mittwoch, was die FED entscheidet, 30.000 bis 32.000 US-Dollar drin. Und das ist das übergeordnete Ziel, was wir seit Wochen, Monaten immer wieder in den Raum geschmissen haben. Und erst danach werde ich dann auch bullisch. Vorher bin ich da, nee, vorher möchte ich da hören oder halt noch nichts von einem Bullrun oder sonstigen hören. Man sieht hier, hier kommt schon eine erste kleine Gegenreaktion rein. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier im Endeffekt das gleiche Spiel. Wir haben uns die Liquidität hier unter diesem Tief geholt. Ein Stunden Demandzone hat gehalten. Auch hier eher so eine kleine Art Range Trading, was wir hier momentan ein bisschen widerfahren. Also auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Volumen technisch liegt hier oben schon noch ein bisschen was bei den 1.841. Kein richtiger Close da drüber. Also es spricht schon davor, wir könnten diese Area da oben einfach nochmal testen, bevor wir nochmal einen Abverkauf sehen. Wo würde uns da hinführen? Hier gehen wir mal ganz kurz auf den Daily Time Frame. Ihr kennt die eine gelbe Linie, die wir hier schon mal eingezeichnet haben. Das ist der Downtrend vom, ich glaube All-Time-High müsste sein, genau von unserem knappen All-Time-High hier oben. Den wir bestätigt haben, wo wir den Impuls nach oben bekommen haben und mehrere Daily Candles, also zwei jetzt schon drüber geschlossen haben. Wichtig. So, Punkt 1. Dann haben wir aber hier oben noch diese Daily Demandzone, die natürlich auch sehr wichtig ist, auch aufgrund der Liquidität, die hier drüben ist. Ich zeichne das hier immer gerne ein oder zeige es immer gerne, weil hier doch eine Menge Liquidität noch drüber liegt. Spricht auch eher dafür, genau das gleiche Spiel wie bei Bitcoin, dass wir einfach nochmal ein höheres Hoch hier rein sehen. So eine größere Triple Bearish Divergence sehen, weil das gefällt mir auch nicht so wirklich auf dem Daily Time Frame mit dieser Bearish Divergence. Also wir haben Luft auf jeden Fall noch hier bis 1.900 US-Dollar knapp und irgendwo in dieser Range hier zwischen 1.840 und 1.890 können wir über Short-Möglichkeiten sprechen. Momentan sehe ich das einfach noch nicht, beziehungsweise momentan ist das Risiko, dass wir hier liquidiert werden, einfach noch ein bisschen zu hoch. Deswegen würde ich euch einfach noch ein bisschen raten abzuwarten und ansonsten gebe ich euch natürlich wie immer in der Telegram-Gruppe Bescheid, sollte ich hier in irgendwelche Trades oder sonstiges nochmal reingehen. Wir können nochmal ganz kurz einen Blick auf Gold werfen, weil da ging es richtig ab heute Morgen. Gleich zu Wochen beginnt gleich mal die 2.000-Dollar-Marke rausgenommen. Jetzt schauen wir mal hier, wie wir uns verhalten, ob wir sogar hier über diese 2.000-Dollar-Marke oder knapp 1.998 US-Dollar-Marke schließen können. Wäre es ultra-bullish und dann sehe ich auch hier ganz ehrlich ein neues All-Time-High in nicht ferner Zukunft hier wirklich kommen. Würde mich aber vorher gerne nochmal hier ein bisschen long orientieren. Wir können mal ganz kurz gucken, was der Zielbereich wäre nach jetzigen Stand mit dem 1.618er. Hätten wir hier Luft bis 2.057 Dollar. Ein Rücksetzer einfach nochmal in dem Bereich der 1.934 US-Dollar schließe ich nach momentanem Stand nicht aus. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein zum Wochenstart. Ich kann euch wie gesagt nur empfehlen, schaut euch den Marktausblick an nochmal von mir. Den habe ich am Samstag, ich glaube Samstag habe ich ihn hochgeladen. Schaut euch den gerne an, auch ein bisschen Real Talk dabei. Kann ich euch nur empfehlen, auch was ich für die ganze Woche erwarte. Und ja, einfach nur nochmal ein kleiner Reminder. Ansonsten Newslage gibt es momentan noch sehr, sehr wenig. Wir warten jetzt erstmal so im Laufe des Tages oder bis morgen früh ab, wie sich die Märkte so ein bisschen noch stabilisieren sollten oder was jetzt an neuen Infos kommt. Aber ich bin grundsätzlich immer noch eher long eingestimmt, anstatt dass wir hier komplett short gehen. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Freunde, gerne Like da lassen, Abo da lassen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, morgen früh geht es weiter und morgen auch wieder mit Altcoin Update. Gut, das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Und wie immer, stay crypto.